mal ganz kurz das und das und das immer wir spielen natürlich weiter in der kampagne in der hoffnung wir kriegen das noch irgendwie hin schauen wir einfach mal die 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 so sind wir stehen geblieben genau beim aufdecken kämpfen und ja genau Äh, gebaut wurde jetzt, glaube ich, alles. Yo, geil. So, hier oben brauchen wir Metallwerkstatt. Die setzt man natürlich. Hier haben wir hier. Äh, Erwe drehen. Ja. Wie kommt da hin? So. Und so. Äh, aus dem Lager da rein. Aus dem Lager da rein. So. Äh, brauchen wir noch aus irgendeinem Lager was Bestimmtes. Holzteile. Äh. Äh. Ach, das gehört alles zusammen. Ah, okay. Jo, gut. Dann haben wir ja soweit alles. Äh, wir brauchen noch Tee und das alles. Laufband wollen die mittlerweile auch schon. Oh, okay. und Strom, das heißt, wir brauchen eine Stromproduktion. Yay. Yay. Muss ich mich jetzt damit befassen? Schön. Ähm. Oh, Alter. Rammelt ihr das Zeug hier weg? Wie fühlt euch immer noch unwohl? Schlechtes Haus. Ja, dann gebt mir doch mal verbessertes Holz. Wie kann ich denn hier Edelholz herstellen? Oh, hier. Okay. Okay, okay, okay. Hier sind meine Kampfrupper da. Die bleiben wo sie sind fürs Erste. Äh, da ein Lagerfeuer. Wie weit deckt denn das jetzt auf bis dahin? Dann kommt da eins hin. Da eins hin. Äh, hier unten kommt eins hin. Und da soll eins hin. Was ist das? Eine Mumie. Die Mike heißt. Wow. Eine Mumie namens Mike. Das ist falsch bei euch. Haben die ernsthaft zu wenig Wasser? LOL. Das ist falsch bei euch. Komm, geh mal dahin da auch. Macht mal was, Tia. Werde sowieso verlieren. Angriff. Angriff. Jo, da ist noch eine Mumie. Los. Tötet sie. Hey, ihr sollt kämpfen. Okay, das verschwindet noch nicht. Dann müssen wir die hier drüben auch noch wegballern. Errungenschaft freigeschaltet. Bürgermeister. Nice, nice. So, jetzt ist die Pyramide weg. Jetzt diese drei noch. Und dann müsste man hier alles gecleared haben. Definitiv alle Feinde weg. Jo. Jo. Alle Feinde sind weg. So muss es sein. Euch lasse ich da oben stehen. Ähm. Ja, gleich weiter aufdecken. Kommt. Das macht bis da. Dann muss ich eins tatsächlich da hinsetzen. Hm. Tü, 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 tü. Tü, tü, tü. Holzteil haben wir doch hier, oder? Oh, Holzgriff. Ups. Ähm. Stell mal ein paar Holzteile her. Du, tü, 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 tü. Uh, uh, uh. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hier drüben kann man da auch noch irgendwas einebnen. Genau. Und hier drüben auch noch. Schön. Was ist... Alles klar. Wirst jetzt gebaut. Natürlich nicht. Und was ist das? Okay. Machen wir das doch erstmal weg, würde ich sagen. Machen wir doch erstmal mehr als genug. So jetzt decke ich auf jeden Fall als erstes die komplette Map auf. Also so viel Zeit muss sein. Ach, da wird schon Feuer gemacht. Okay. Hier muss unbedingt noch inzeln. Äh, setzen wir das dort hin. Jo, die ist fertig. Ich... Ähm... Genau. Das war die Bäckelei. Hä? Moment mal. War ja nicht gerade... Ach, hier ist er. Genau. Ähm... Ähm... Baust... Was? Du musst mich verarschen, ne? Aber jetzt... So... Dann... Macht mal. Was? Das läuft auf hohe Priorität. Das ist nice. Die Bäckerei... Braucht natürlich auch Wasser. Lagerfeuer sind wieder alle gesetzt. Das geht jetzt bis dahin. Ja, da muss ich dann hier hinten wieder eins setzen. Ja, ja. Und hier das Lager läuft über mit Wolle. Könnte man die Produktion eigentlich einstellen? Könnte ich hier vielleicht ein paar Pflaumbäume setzen, ne? Machen wir das einmal so? Ich denke mal... Ein kleines Feld reicht vollkommen aus. Äh... Das ist alles weg. Das ist alles weg. Jo, das ist weg. Das ist weg. Und... Das hier einmal alles weg. Und... Das hier einmal alles weg. Das ist weg. Hm... Ich habe schon 32 Meter weiter. Läuft. Dann... Mal hier... Zahn zulegen. So, das Lager erweitern weiße hier. und zwar so das bissl reicht aus für baumwolle dann können wir tatsächlich hier ein paar bäumchen pflanzen grasland da sind wir doch hast du mich verarschen geht nicht ja gut dann teilen wir das jetzt mal auf was ist denn wenn ich das aufs sand habe ja okay das sieht dann shit aus errungenschaft freigeschalten beschützer ok da kommen hier kakao baum rein genau und hier kommen dieser komische andere baum rein hier kommt die tattelpalme rein äh dann machen wir mal das weg das weg das weg und das weg erweitern dieses lager und dann kommt das hier rein das aus dem lager kommt da rein und dort rein genau dann haben wir das doch schon auf den die schwere arbeit erstmal schon kW hier hinten habe ich dann natürlich auch noch ein bisschen was grünes da kann man auch noch was anpflanzen ich brauche mich unbedingt noch Blumen gut einmal dahin einmal dahin einmal dahin und eins dort hin und dann ist die komplette map aufgedeckt ah 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 ok 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 hier da und da ja das muss auch noch alles weg damit ich dort einebnen kann und dann wie viel stein haben wir ein ne ein paar mehr ok jetzt haben wir nur noch einen stein äh was ist das für verbesserte Werkzeugschmiede oha dann bauen wir die da hin das geht dann da rein das geht da rein äh so hier haben wir neue kampfpanzer im Moment mal im Moment mal wir brauchen keine mehr so denn wir haben alles gecleaert wir haben alles gecleaert wir haben alles gecleaert äh können wir da noch ein neues bauen ein Zierstrauch ok hmmm hmmm die schmelzen haben wir doch schon Elektronikfabrik Laufband Strommaß benötigt zur herstellung von elektronischen Komponenten aber wir kamen irgendwie noch nichts womit wir wirklich Strom herstellen können hm Seltsam. Eine Brauerei brauchen wir noch tatsächlich. Oder haben wir die auch schon? Die haben wir noch gar nicht. Lull. Ähm. Die Brauerei. Hier, so ein Häuschen mit einem Fass, das haben wir hier nirgendswo. Nö. Haben wir nicht. Äh... Dütütütütütüt. Och, was ist denn das hier? Mach mal weg den Spaß. Eine Kaktusse. So, ähm... Brauerei. Das war das Lager. Das war das Lager. Ja, genau. Ähm... Tee. Wasser und Blumen. Aha. Kakaobohnen benötigt. Haben wir doch hier, oder? Ja, Kakaobohnen. Ja, Kakaobohnen. Ach, Milch. Oh. Okay. Wir brauchen Milch. Äh, eine Kuh soll da rein. Und das soll dort rein. Und dann kriegt der nämlich von hier die Milch. Genau. So machen wir das. Wenn es überhaupt Kühe gibt. Das ist die nächste Frage. Die Ochsen hier ganz schön los, muss ich sagen. Wo ist denn die normale Werkstatt? Ah, hier. Genau, so, jetzt akzeptiert das Lager das auch. Und aufgedeckt haben wir fast alles. Schön. Noch ein Feuerle. So. Achso, ich möchte vielleicht mal die Menge festlegen, wo alle unbegrenzt passt. Backsteinhaus kann ich jetzt bauen. Okay. Pferdescheune. Irgendwo hatten wir doch das hier. Das da. Was? Ich habe null Steine? Holy shit. Warum? Was ist hier los? Warum habe ich null Steine? Ähm. Oh Mann. Äh. Depot Ausgang. Depot Eingang. Ich habe hier schon alles angeebnet. Ja, Hammer. Das war zu weit. Das. 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 Und. Das. Jo. Äh. Weiterspielen. Ich bin ja noch nicht fertig. Exportiere... Import... Import... Importiere, bitte... Was verkaufen die denn hier die ganze Zeit? Ich brauche Stein... Ja... Ach komm... Brauchen wir nicht... Sag mal... Ich betätige nicht mal das Rad... Das weg... Wir haben ja jetzt soweit das abgeschlossen... Ich muss gucken, dass ich anderweitig an Steine komme... Wobei, das kann eigentlich verkauft werden... Das ist das erste Mal schnuppelt... Genauso wie... Das... Und das... No... Die bringen jetzt nur den Stoff weg... Das kann ich jederzeit wieder ausschalten... Ne... Das ist nicht das Problem... Ähm... Du stellst jetzt das erste Mal nix her... Und wir fahren jetzt einfach mal hier hinten alles weg... Mit der Hoffnung, wir kriegen wieder Steine... Steine... Yay... Die gleich nicht wieder verballert werden... Nein... So... Es gibt Steine... So... Es gibt Steine... So... Die tun wir mal upgraden... Ne... Mal gucken, wie die aussehen... Mal gucken, wie die aussehen... Was fehlt denn eigentlich alles dazu... Stoff, Ziegel, veredeltes Holzteil... Haben wir doch eigentlich alles... Bis auf den Stoff, der wird jetzt natürlich verkauft... Bis auf den Stoff, der wird jetzt natürlich verkauft... Tün Tün Tün... Tün Tün... Ich glaube, ich muss hier tatsächlich das Lager noch ein bisschen erweitern. Zumindest sieht mir das so ganz danach aus. Und wir haben wieder mehr als genug Steine, würde ich sagen. Die haben immer noch keine Kühe. Mir würde es auch keine geben. Schade. Schade, schade, Schokolade. Gut, kurz einebnen wieder. Standard hier. So. So. Haben wir das Lager mal vergrößert. Da, 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 da. Da, 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 da. Oh, das gibt auch Milch. Gibt es noch irgendein Tier hier, was Milch gibt? Schaf gibt eine Rolle. Rentiermilch. Ähm. So. Mal gucken, irgendwann werden da drin die Tiere landen. Weißer Scarabeus. Nice. Oh. 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 Hallöchen. Sieht das geil aus. Dann würde ich doch einfach mal sagen, wir upgraden alle Häuser. Ich glaube, wir brauchen doch sogar noch ein paar. Hm. Ja. Ja. Das werden wir auf jeden Fall brauchen. Yay. Ähm. Parkbänke. Der haben wir hier. Na, bauen wir den noch ein bisschen Deko hin. So. Nein, das nicht. So. Und so. Und noch ein Bäumele. So. Jetzt gibt es noch ein paar Standardfackeln hier. Da. Da eine hin. Da eine hin. Ach komm, wir machen da noch eine hin. Sollen sich nicht so anstellen hier. Die sollen sich nicht so anstellen. So. Ach, das muss ich ja jetzt gleich nochmal machen. Ach, nee. Gut, passt. Dö, 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 blumen, blumen, blumen. Tee. Die wollen unbedingt Tee haben. Dann hackt man hier oben alles weg, bitte. Hier komm, bis dahin. Scheiß drauf. Unten müsste da jetzt so fertig sein. Ja. Und wie die fertig sind. Schau mal, ich kann da dort die Blumen anpflanzen. Das war die Brauerei. Das Lager akzeptiert bitte auch. Was? Errungenschaften reingeschaltenen Steinzeitalter. Das akzeptiert bitte auch Blumen. Na, das sieht so aus. Und, wie ist das denn? Das ist da, wie gut man hier oben kommt. Das ist das? Das ist das denn? Das ist es denn? Das ist dein. Und das? Ich bin's. Ich bin's. Bitte, lasst mich hier Blumen setzen können, bitte! Warum das nicht? Mann, das ist ärgerlich! Einfach nur fucking Blumen dort haben, was ist daran so schlimm? Okay, zwei fühlen sich sehr wohl. Okay. Oh, obdachlos, 40 Stück. Ähm... Ähm... Ja... Nur... Na dann... Ein Häusle! Juck, da ist die Treppe, da ist vorne, sehr schön. Eins... Zwei... Drei... Vier... Fünf! Wenn sie das unbedingt möchten, kriegen sie noch ein paar Häuschen. fifteen... L Wir haben immer noch keine Tiere, die uns Milch geben. Oh, das Kamel gibt auch Milch? Hätte ich tatsächlich nicht gedacht. Um ehrlich zu sein. Sag mal, wir können doch auch das hier... Ach, die Bäckerei macht schon. Okay. Die wollen Erdbeeren noch haben. Milch- und Weizenbündel. Erdbeeren. Kann ich nicht anbauen. Kann ich nicht anbauen. Ich hätte gerne Erdbeeren. Liefer mir welche. Nee, macht er natürlich nicht. So'n Arsch. Erdbeeren. Erdbeeren. Um... Will er nicht. Wow. Hä? Muss ich nicht verstehen. So, dann bleiben wir so gut alle miteinander klarkommen hier. Einmal alles wegmachen. Also... So... 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 Da habt ihr jetzt erstmal was zu tun, ich hab bestimmt noch irgendwo ein großes Zweiteslager anlegen müssen für die Steine und alles. So derzeit die das da weg machen, mal kurz ans Handy lunzene. Hier sind immer noch keine Kamele oder sonst was für Tiere drin. Mist, Mist, Mist. Wie soll ich dann das hier oben abschießen? Ich kann kein Tee herstellen und Bier will er irgendwie nicht herstellen. Oder die saufen das einfach alles zu schnell aus. Wie soll ich das? Ich verstehe das Spielprinzip noch nicht ganz, obwohl ich schon ein Weilchen spiele hier. Was ist das hier eigentlich für eine Ebene? Kann ich hier irgendwas besonderes anbauen? Baumwolle, wow! Kann ich irgendwelche besonderen Bäume da drauf anpflanzen? Kakao, mehr nicht, hä? Ich verstehe das noch nicht ganz. Was ist das? Mal. Also ich verstehe das. Was ist das? Genau. Hä? Wie ist das? Ist das? Und ich verstehe das. Das kann man ja sonst auch nicht wirklich halten, außer Schafe und Schafe brauche ich nicht, Baumwolle habe ich genug. Das hat nicht mal ein Kraftwerk, oder? Ja? Nö. Nö. Loll. Ja. Das ist Shit. Wenn ich jetzt hier auf der grünen Fläche Tiere anlege, naja, bleiben die gleichen. Ja. Ja. Das ist Hamburg. Nö. 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 Keine Ahnung, Keine Ahnung, ist mir grad ein bissel zu hoch. Das ist mir grad ein bissel zu hoch. Ich könnte die Insel verlassen, ich will die aber wenigstens von der schlechten Laune rumbekommen. So lange geht's hier ackern, mach ich aber meine 5 Minuten Pause und wir sehen uns gleich wieder. Das ist mir grad ein bissel zu hoch.